Was geht ab? So, da sind wir schon wieder. Alter, da sind diese Headphones heiß, weil die daneben bleiben. Ja, das ist klar, schön angewärmt, schöne Ohrenwärme. So, und was haben wir denn jetzt hier? So, das ist in Ordnung, dann schalte ich mal wieder auf. Oh, was steht mit dem Maupen auf? Ja, ich habe mal 4. So, und gehen wir doch mal in die Gruppe, in den Lesson-Channel hier rein. So, was zocken wir denn jetzt für eine Map, Leute? Genau, was spielen wir denn jetzt? Habt ihr Bock auf eine Mikro-Arena oder sowas? Mikro-Arena, Überena hätte ich ja schon mal Bock zu. Eine schöne Arena-Map, wo wir ein bisschen schnetzeln können, wo wir ein bisschen unsere Micro-Skills auspacken. Würde ich auch sagen. Mikro-Arena, ne? Ja, Mikro-Arena, würde ich auch sagen. Wer zuerst in den ersten 5 Sekunden, oder wer zuerst jetzt, also die ersten, es geht ja zu 8, glaube ich, Mikro-Arena. Ist das 4 gegen 4? Ja, das ist 4 gegen 4. Ja, schreibt einfach mal, wer mitspielen wir hier. Ne, wer zuerst Olsen schreibt. Wer zuerst Olsen schreibt hier in den Chat rein, der wird eingeladen. Ja, dann schmeiß mal alle raus. Ich schmeiß jetzt erstmal alle raus hier. Äh, entfernen, entfernen. Dann erstmal alle entfernt hier. Wer zuerst Olsen schreibt. Olsen natürlich nicht. 6 Plätze. Okay, dann lad mal ein. Also wir brauchen Nike. Fuller erstmal. Dann Nike. Dark Orbiter. Dark Orbiter. Den Phillip. Phillip. The Swarm. The Swarm. Wo ist er? Da. Und jetzt sind wir schon. 3, 4, 5, 6, 7 sind wir erst. Einen brauchen wir noch. Einer darf noch mitspielen. Einer kann noch. Wer, wer, wen haben wir denn noch nicht drinnen? Wer hat noch Bock? Auf eine Runde. Mikro-Arena. So, warte mal. Ich hoffe. Mit den zwei Noobs hier. Ist hier ja nur noch Frozen Sky, oder? Red-Lol-Killer. Nike haben wir doch auch schon drinnen, oder nicht? Jo, Nike ist schon drinnen. Nike ist schon drinnen. Mit Nike im Team sein, ne? Nike geht ab. Ja, ich weiß nicht, Frozen ist da drinnen? Frozen, was ist los bei dir? Wer denn nicht geschrieben hat, ist afk, ist beziehungsweise afk. Gut, dann lade ich jetzt hier... So. Warte ich für weg, lol-Killer nochmal ein. Ja, zocken wir erstmal eine Runde Mikro-Arena. Danach können wir dann auch mal random Team-Defense spielen. Mal gucken. Hier, ein schön neues Bull, ne? In rot. Neue. Eine schöne Lieblingsfarbe. Ja, neue. Gibt's schon seit zwei Jahren. Ja, ja. Zwei Jahre noch nicht. Na klar. Echt? Seit zwei Jahren, glaub ich. Alter, meine Maus, ne? Ich glaub, die brennt gleich. Bisschen Blasen, äh, hier pusten meine ich. Hier kommt richtig Hitze raus. Richtig. Burner. Burner, der Pi. Wollte mal unser Dings hier sehen. Ah, sorry. Hier. Ah. Guck mal, hier ist der Aggressi. Ah! Hier, Aggressi, seine Maus und Dings. Und direkt hier neben besteht nämlich der Laptop hier, in dem ich zocke. Da ist er. Der Olsen. Da ist er. Ah! Hallo. Und ja. Könnt ihr mal hier sehen, ja. Alles vollgestellt bei uns hier auf dem Platz. Schön. Hängen wir das Ding mal wieder da oben ran. Ja, und da oben ist das Mikro. Ah, hängen wir ran. Ah! Kabel mal rumführen wieder. Gleich fällt die Maus. So, 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 so geht's wieder, ne? Der Olsen ist wieder größer geworden. Ja, dann musst du noch ein bisschen hoch machen. Äh, äh, äh. Jo. So? Passt so. Passt das, oder? Mhm. So. Ja, jetzt ist gerade voll. Ich hab dich gerade angeschrieben. Falsch, zu falschen Zeitpunkt Pause gemacht. Ja, wenn voll ist, dann mach doch Go. Frozen danach auf jeden Fall, ja? Danach wird Frozen mal bevorzugt, weil er hier noch nicht mitgezockt hat heute, glaube ich. Oder hat er schon mal nach vorne? Doch, klar. Prozessin wird. So, und jetzt Mikro Arena. Das geht ja meistens auch schnell. Meistens. Gerade wenn Olsen dabei ist. Rockig alles weg. Mikro Arena. Test? Nein. Mikro Arena EU natürlich. Als Gruppe erstellen. Ich muss ja alle Maps downloaden auf diesen komischen Laptop hier. Ich muss aber einige Leute downloaden. Das Sing 2. Ist das cool? Das Ding. Das Ding. Das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Richtig dickes Ding. Deswegen auch 2 Ding. Zwei Dinger? Zwei dicke Dinger. Richtig dicke Dinger. Ja, meine Tastatur glüht. Meine Tastatur kann auch die Farbe wechseln. Ja. Geil. Was ist das? G19 oder sowas? G19, ja. Schon eine coole Tastatur. Ganz schier. Mit coolem Display. Rot, lila, grün geht alles. Schau's. Wechseln hier. Guck mal. Zack. Zack. Aber ich kann jetzt die Farbe, ich hab so 3 M1, M2, M3 und dann kann ich das so changen, was für Farben gewählt werden sollen. So, jetzt wollen wir ein bisschen nach oben. So geht das wieder, oder? Ja. So ist es drauf, ja. Gut. Immer noch ein bisschen höher. Und ich kann halt komplett das ganze Farbspektrum abdecken. Noch ein bisschen höher? Jo. So ist glaub ich besser. Obwohl, ne. So. Hallo. Ich hab nur noch nen Kopf. Ich bin zu klein. Jetzt setz mich mal so hin. Hallo. Optimal. Hallo Oliver. Hallo. Ich bin dein Sohn. Du bist... Ich bin dein Vater. Du bist mein Sohn? Ja, dein Sohn bin ich. Ich bin es. Hallo mein Sohn, wie geht es dir mein Sohn? Ja, gut. Der Oktoberfest war richtig cool. Wir haben auf jeden Fall ja gut auf den Tischen getanzt. Ja. Das war ja nicht... Wir waren ja nicht auf dem richtigen Oktoberfest. Wir waren ja auf so einem regionalen Oktoberfest. Mhm. Aber der Agri hat leider nur, ich glaub zwei Mars oder so. Oder drei Mars. Du hast nur drei Mars getrunken? Ich glaube ja. Aber vor allem hab ich ja auch schon... Uh, Philipp, Philipp. Ich hab ja auch fünf Mars getrunken. Plus zehn Obstler. Boah, da war... Obstler hab ich gar nicht getrunken. Da war richtig was los, ey. Obstler ging gar nicht, klar. Obstler ist echt zu übel. Aber wir trinken natürlich keinen Alkohol, Jungs. Alles alkoholfrei. Ja. Ein Mars alkoholfrei bitte. Ja. Und da hätte ich gern noch einen alkoholfreien Sekt dazu. Und einen alkoholfreien Obstler bitte. Natürlich. Der schmeckt besonders gut. Der Alkohol ist nicht gut. Und rauchen auch nicht. Nein. Deswegen machen wir auch beides nicht. Gar nicht. Generell nicht. Nein. Was ist denn los? Warte auf Gruppe sechs von acht. Sechs von acht. Ähm. Hier. Philipp lädt noch unter. Und ich glaub du auch noch. Oder? Ich warte auf Gruppe. Ne. Nur noch Philipp. Und ich hab noch nicht angenommen. Hab ich so das Gefühl gehabt. Möchtest du noch was annehmen? Apfelsaft. Ja. Alkoholfrei Obstler ist Apfelsaft. Ja. Wäre nur Apfelsaft getrunken. Ja. Apfelsaft. Aber mit Kohlensäure. Also Apfelschwolle. Goren und Apfelsaft. Mhm. 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 Also auf zwei Leute warten wir noch. Und die DLs sind anscheinend jetzt abgeschlossen. Es sind aber acht Leute. Und ich weiß jetzt nicht wer hier... Hat irgendwer noch nicht gedrückt? Steht bei allen sechs von acht? Was Scheu sein will, was? Okay. Einer ist das Ding und muss dann alle anderen jagen. Ja, könnten wir auch mal zocken. Ich bin das Ding dann. Du bist dann das Ding? Ja. Das Ding. Du bist immer das Ding. Ich bin das Ding. Unabliegenbar bin ich. Im Handy ist weiter mit dem Bett los. Ich denke auch. 6... 6... 6 von 8. Fuller. Fuller. Aha. Fuller, bist du da? Ja, Fuller schreibt noch gerade. 5 von 8. Als Gruppe erstellen nochmal. Und jetzt gehen wir auf einnehmen. Versuchen wir es nochmal. Also alle bitte drücken. Bitte drücken sie jetzt. Ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Nein. Zonk. Zonk. Bist du da Zonk? Äääh. 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 Immer noch 6 von 8. Hm. Irgendwas mit Philipp, der ist immer ausgegrauß. Oh ne, was haben wir denn hier Schönes? Das Zeichen gefällt mir denn hier gut, Hexen-Doktor. Mit den neuen... Verwüster, ich habe den Verwüster jetzt gehört. Ach, das ist aber fast neben deinem Nexus oder so, ne? Jo. Okay. Wirbius-Streikräfte. Aha. Wirbius. Du bist auch so... Möbius. 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 Sohn von Kurhal, finde ich. Philipp, kurbel mal richtig an deinem Modem. Sieht auch ganz cool aus, Hexen-Doktor. Der Hexen-Doktor. Das ist das Baba. Baba. Hast du die aus Diablo 3, die Dinger? Ja, aber da ist schon Diablo 3 Schädel. Möbius. 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 Ich muss den Bass putzen. Oder auf der anderen Seite. Ganz besonders gut kannst du das. Richtig ein Weckraven hier. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down? Im Sound of Amoxid, die die Leute vertrauen. Yeah. Wenn die Ladies alles schütteln. Die Typen so vermöbeln, wie mit der Windel im Kopf. Stehen die Typen dann im Club, gucken spaßig aus und wäscheln wie gekaut und ausgespufft. Wir brauchen Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Was geht denn das? Bass. Was geht denn, Alter? Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Seid ihr down? Tülich, tülich, sicher, Digga. Du bist ein richtiger Rapper. Du bist ein richtiger Rapper. Und der Mic? DJ MC... 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 A-G... A-G-G... A-G-G-R... E-S-S-O-R... Oder U-L-S-E-N... Oh... Mh... Wie ging das früher, das sieht dann mal nochmal? Das war mal ein Summler im Auto. Bitte? Von dem ersten Rapper. Ein deutscher, ersten deutscher Rapper. Torche, oder was? Torche, ja. Wie war es denn das nochmal? Das war aber nicht der erste deutsche Rapper, aber... Das war rückwitzgeil. Weiß ich nicht, welches du meinst. Weiß ich auch nicht mehr. Mit Helden? Mit Helden? Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal mit Helden... Also ich spiele den Held im Rapper Felder. Auf jeden Fall. Bist der Held, das ist der Held. Boah, Melee, Rot, Rot mit Helmisch, gut. Boah, ich gucke mir ja nicht klar. Wir bauen natürlich mit Hotkeys. Tülisch! Ist das so? Tülisch. Wenigst mit Hotkeys? Na klar. Muss ich jetzt die Hotkeys drücken, oder was? Nö, kannst du auch so drücken. Du willst. Ach, das ist mein Gebäude. Ich kann es auch mal auf ein Hotkey legen, die Gebäude. Kommt her, ihr Schmarotzerz. Hast du so ein fetter Tor, oder was? Nö. Ich hab ein paar... Lydras. Lydras, hab ich. Lydras. Paludra. Alter, ich bin eingekesselt. Nein! Okay, das war schon Treffer. Fail. Boah, mein Lacken. Was ist das denn? Guck mal her. Brummer. Boah. Dann bin ich wieder. Da Angst. Na, wer hat die Dicke Ulis, hä? Wer hat die Dicke Ulis? Ich hab Bulli-Fanken. Bulli-Fanken? Mh. Äh. Äh, 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 äh. Alter, du knallst ja meine Mutters weg, du bist voll fies. Tja, so bin ich. Sind alle gestorben? Ja. Ein Bailing, alle getötet. Das ist frech. Das ist frech, du. Was bauen wir denn jetzt mal? Jo, sehr nice. So, schön. So, jetzt kommen wir uns hier nochmal. Schreiben finde ich richtig knorkeln. Na, ist das Ding weg? Was ist das ja immer noch? So eine Scheiße. So eine Scheiße. So eine Kaka. Was kommt mir jetzt hier nochmal? Doppelkill. Doppelkill. Boah, was ich für ein Micro mache, das ist wirklich göttlich. Oder auch nicht. Na, ich mache auch nur Kacksachen hier. Kaka. Das ist so ein Hero-Teil hier, ne? Ein Hero-Teil? Mhm. Haha. X-Piri. Alter, meine Hand fackelt gleich wieder ab. Alter, hast du ein Pimmelfieh. Ein Pimmelfieh. Ein Rumlümler. Ach ja, man kann doch irgendwo auch diese Heroes bauen hier, ne? Ich bin so schlecht mit Marines. Komm mal rauf. Uh. Na, irgendwer legt hier. Ja, aber Luke hat gleich geleckt. Mal diese Lecker. Ja. Weggekloppt. Weggehauen. Na. Oh, Schwammborste. Na, Arschwoll. Wie, wer hat die aus dem fucking Texas, Alter? Kacke. Wurde ich schon weggetempest. Weggetempest, Wurde. Schattenempest hier. Immer noch. Lächter. Alter, wo? Der hängt mal da fest hier. Das weiß ich nicht. Ist voll im Längen ist der. Richtiger Lecker. Lecker, lecker, lecker. Schau mal her. Oh, Mann. Oh, Mann, oh. Bitte schön. Er hat auch gegangen. Doppelkill. Doppelkill. Die Hosen am Stahl. Baaah. Richtig schön, die Minen. Gefällt mir. Na, gehst du weg? Mit deinen komischen Marins? Marins sind Käfer? Marins sind Käfer. Ist da da oben ein Tank drauf? Aua. Okay. Irgendwas ist ja in unserer Basis. Was ich gar nicht nett finde. Irgendwer haut hier unsere Basis kaputt. Alter, hier sind die Tees am Start in unserer Basis. Ja, übelst. Ich weiß noch nicht mal, wie ich scannen. Nur auf dem Hauptgebäude hier, auf dem hier kannst du scannen. Special. Auf deinem Hauptgebäude, auf dem dicken roten Zilot, der da steht. So. So ein kleiner Typ. So ein kleiner Typ. Na, ob das sowas wird? Nee, leider nicht mehr. Ähm. Na. Nicht mit Olsen. Nicht mit Olsen, du. Oh. Oh. Schön. Wir liegen momentan aber gut hinten. Aber ich bin natürlich auch völlig verbiert hier bei so einem Teil. ganz schnell weg von den Kack-Minen. Man kann ja noch irgendwie so ein Schild machen. Wir haben schon wieder DTs bei uns in der Basis. Ja, noch ist noch nicht freigeschaltet. Wir haben die Tees immer noch bei uns in der Basis. Einmal will ich hier noch aufhalten. Und jetzt. Nein. Hääääähäähäähäähäähähäh. Naja, ich würde mir so susen neu holen. Danke. Der böse Tank da, ne? Ach, den könnt ihr da auch nicht mal wegrotzen. Gerechtigkeit wird herrschen. Hahaha, sie min, sind so splashig. Splashig sind. Splashig! Ein Zylendisträger. Zylendist! Zylendist, bitte, hallo Zylendist! Kann ich, muss ich aber nicht, kann auch warten, bis ich gesammelt habe. Ich weiß, dass man das da upgraden kann. Das ist mir schon bewusst. Doppelkill! Doppelkill! Jihah! Doppelkill! 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 Den finde ich echt gut. Okay. Ja, hast recht, jetzt kann ich mal eigentlich nur einen holen, einen Bonus. Hast du einen Bonus? Muss ich mir auch nochmal holen. Ja, wenn du 10 hast, ne? Ja. Ich hab so wohl. Na! Nein! Ja. Na? Nix mehr mit Scouten hier. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Match hier. Hier wird ganz schön drauf gehauen. Na? Haha, scheiße! Achtung, da sind Minen! Wir brauchen Ops! Ops! Kacke, keine Energie mehr! Hehehehehehe! Hehehehehehe! Oh, ordentlich drauf! Ordentlich draufhauen hier! Halt! Fuck! Ah, da! Ah! Okay, ich fahre die DT! Die DT! Die DT! Die DT! Ganz knapp! Die DT! Die DT! Die DT! Die DT! Die DT! Die DT! Hehehehe! Oh, ein seländes! Die DT! Die DT! Die DT! aufs Ding. D turner! Ich kann jetzt hier! Willst du jetzt mit mir Fang spielen? Gerne. Na komm, komm, komm! Hast du Glück gehabt? Ich hab Glück gehabt, du hast Glück gehabt. Na. Wer hat dir da gerade den Balles getan? Erfährt denn dir das Mutterschiff, Pando? Wem gehört das Mutterschiff? Wir nicht. Mutti, Mutti, lass dir Ursen in Ruhe. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Wir müssen aufpassen, unsere Basis wird angegriffen. Na, wir sind tot. Ihr seid tot? Jaaaa! Unsere Basis war angegriffen. Das war ein Sieg! Traum! Ja, war ein schönes Game. War richtig cool. Auf jeden Fall. Spanns gemacht. Ja. Du gibts Bock. Ja. Oder müssen wir jetzt irgendwie durchtauschen. Wer möchte noch mitspielen? Wer möchte noch mitspielen? Der Knight möchte zu Olsen. Das sehe ich auch so. Alle wollen mit dem Top-Gamer hier zusammenspielen. Und Dark Orby möchte zu Agri. Aber Frozen will jetzt mitspielen. nochmal. Nochmal. Ja, dann äh... Ja, wir gehen einer freiwillig raus. Sonst müssen wir jetzt hier wieder so ein Spielchen machen. Wieder neu einladen. Wir können auch... Ja. Muss ich auch sagen. Entweder geht jetzt einer raus und tauscht gegen Frozen durch. Oder... Wir müssen jetzt hier gleich erstmal wieder... Wer zuerst was schreibt. Eine Runde Mikro Arena geht noch. Ja, ich bin auch. Ist ja echt spaßig. Ob wir eine Runde Mikro Arena noch zocken können? Komm, dann laden wir neu ein. Nein. So, wer zuerst... Ja, lass mal alle raus. Nö, nö. Können wir ja dann einfach den einen rauskicken und dann durchtauschen. Wer zu spät schreibt. Ich schreibe es aber auch unten rein in den Chat. Wer zuerst... Schreibt einfach Yeah! Die ersten 7 Yeah schreiben. Sind wieder dabei. Bei einer neuen Rundfahrt. Ich würde sagen... Ja gut. Die Yeah richtig schreiben. Yeah! Okay. Zwei. Drei. Ah! Full hat gefehlt! Full hat gefehlt! Okay. Dann sind wir... Dark Orbiter, Nike, Phillip... The Spawn... So... Red Blue Killer. Möchtest du nicht nochmal mitspielen? Dann tauschen wir Red Blue Killer mal gegen... Sky aus? Ja. Frozen, bist du da? Frozen müsste da sein. Wo ist er denn? Also nicht böse sein, wenn wir jetzt hier irgendwie mal kurz rauskicken. Wir müssen ja ein bisschen durchtauschen, ne? Wir müssen durchtauschen, das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Aber Red Blue... Cool, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. So, und Gruppe einladen. Und danach können wir natürlich wieder durchtauschen. Das ist ja kein Ding. Klar. Dann zocken wir auch was anderes und danach machen wir dann wieder... Komplett neue Auswahl von vorne wieder. So, und dann... Oh Gott, spielen würde ich sagen. Na, wir gucken. So, eine schöne Runde StarCraft II. Schön Mikro-Arena. Ja. Herrlich, ne? Ja, ich zock ja eher mehr so Dead as Tricots. Ich so als Noobie. Ich kenne ja nur eine Arcade-Map. Mal gucken. Und Frozen will auch zu Oldie? Alle wollen sie zu Oldie. Die wollen sie nur einmalig besiegen. Keiner mag mich. Alle wollen sie nicht weghauen. Und dann gibt's auch noch Leute, denen ist das komplett egal. Ist das noch schlimmer? Ja. Ja. Die mögen keinen von uns. Hast du schon gestartet? The Swarm will natürlich zu Agri. Das freut mich. Ne, ist noch nicht gestartet. Deswegen werden wir gleich erstmal durchtauschen. So, The Swarm will zu mir. Old kommt natürlich in die gegnerische Partei rein. Wer wollte noch zu Old? Oder können wir es so lassen? Wer wollte noch irgendwie zu Old? Dark Orbiter ist ja auch bei mir. Lass einfach so. Go. The Swarm ist ja auch bei mir. Nike will zu Old. Fuller will ich dir auch zu Old. Mach einfach wie ihr wollt. So, dann machen wir es so. Okay, und go. Alles in Ordnung? Ne, Frozen. Ist ja egal. Mach einfach Go. Oh, hier. Wer in welchem Team ist es auch ganz egal. Hauptsache, wir haben ja ein bisschen Spaß. Was? 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 Ne, der kann ja nur bei mir bauen. Er hat mich das direkt im Hintergrund. Sieht genau, was ich mache. Das ist voll geil. Wenn ich da drauf gucke, habe ich auch Verzögerung. Ja! Fünf Sekunden lang. Fünf Sekunden. Ja. Das ist ein ganz schöner Nachteil. Mann, ich weiß noch nicht mehr, wie ich hier baue. Ist auch egal. Nein. So, auf jeden Fall. Aber ich habe es sexy selber. Agressi. The Swarm. Dark Orbiter. Frozen Sky. Und bei Old sind Nike, Fuller und Philipp. Die Old-Bande. Die Olsen-Bande. Die Olsen-Bande. Da ist sie. Die alte Olsen-Bande. Ja, ich habe auch noch zwei Schwestern. Wie heißen sie? Oldina. Mary Jane und... Mary Joanna, ne? Ne. Zum Drehen. Die Olsen-Sisters, Mann. Das sind doch meine Schwestern. Ja, das stimmt natürlich. Das sind meine beiden Frauen. Die sehen genauso ausgewohlen. Nur mit deinen Haaren. Aber auch Bart. Auch Bart. Generell, ja. Richtig, richtig schön. Alles in Oldi. Ah ne, in Aldi wäre das. Gehst du immer beim Aldi einkaufen? Ja. Alles in Oldi. So nur das A und I hintersetzen. Ah, vorne. Ihr hinten. Verarscht du mich hier, oder was? Generell nicht. So, wieder mit Heroes. Bildigen mit Hotkeys, ja von mir aus. Selbstverständlich. Oh. Oh. Ah, ich bin jetzt mal da. Okay. Chinesische Matrix aktiv, sag ich mal. Die Chinesen sind aktiv? Gut, dass ich einen Ops habe. Poppen die hier weg, oder was? Ja, die poppen weg. Bam! Oh, hab ich nochmal einen erwischt? Wir haben schon wieder die T's bei uns in der Base. Oder irgendwas? Ah ne, die Türme. Wer baut da schon wieder Revens, hä? Swarm baut da schon wieder Revens. Ich glaube, bei euch piept's wohl. Na, töten die aber an meinen Revens. Ich hab aber nicht mal alle Latten an Zaun, Jungs. Hopp! Ich save die Base von hinten. Immer von hinten ran an die Base. Mhm. Mhm. So muss das sein. Komm, Naik. Ich hefte hier immer, oder? Alter. Das ist halt für eine extreme Range. Oh, hier ist ein... Da ist ein Tempest. Alter Kollege. Na. Ah, der Tempest ist so dreckig langsam. Ja, oh, was? So ne schöne Range. Ja. Eine schöne Range hat der. Mhm. Na, lass mich da noch weiter machen. Nein! Fuck, Gedankenkontrolle. Haha. Gedankenkontrolle, ja nice. Was ist das hier? Glück. Schön. Warum hab ich dich mit dem da rein zurück? Frisch ist es doch. Hallo, ich krieg keine Mineralien. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gar keine Einheit mehr. Bei uns nehmen wir schon wieder Sachen bei uns in der Base, schon wieder Tanks und sowas. Warum krieg ich keine Einheit? Warum krieg ich keine Mineralien mehr? Weiß ich nicht. Ich hab was gebaut. Es ist irgendwer tot. Kann ja jemand mal unsere Base safen. Ich kann doch nicht Go machen. Hm. Ich werd mich hier mal kurz. Ich geh mal kurz zurück. Ich kann nicht Go machen. Ich kann keine Mineralien. Ich kann mir gar nix holen. Ist das gebaut irgendwie was? Nö. Okay, ich kann nix mehr machen. Kannst nix mehr machen? Ich kann nix mehr machen. Keine Ahnung, warum. Back. 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 Guck mal hier. Ich hab durchgehend 29 Mineralien. Ja, schön. Ja, wenn du mal ein Tennis gekillt hast, ist es doch trotzdem egal. Ich hab nix vor einer Unit stehen. Aua. Das ist das Kuriose. Geht da oben Gebt ja noch mal an Genau Ahaha, na du Ach man Das sackt mich voll an So, dann greifen wir mal ein bisschen an Ja, ich finde es ein bisschen scheiße jetzt irgendwie, dass ich nichts machen kann Ich krieg ja keine Ahnung Keine Ahnung Auch wenn du mit den kleinen Skills krieg ich ja normalerweise wie das Geld Ja, eigentlich schon Deswegen, also Eigentlich kann das ja nicht sein Jetzt hast du immer, die kannst du dir einen Einheit wieder kaufen Nee, kann ich nicht Doch, einen Marine Ja, wirst du noch Ey cool, jetzt krieg ich tot Ja, jetzt hast du wieder mit rein Ja, ganz komisch Ein Bug gewesen anscheinend Ja Voll dreist Ja Da kommen die hier wirklich mit WBFs an Alter Das war nice Jetzt machen, verschleppen und dann Können wir eingraben Schön Auch Wie kannst du dir jetzt Aber echt scheiße, dass ich gar zu Backton hätte Das hätte ich ja schon mal wieder ein bisschen mehr agieren können Ja, auf jeden Fall Konnte ich in dem Fall natürlich nicht Das ist nicht kacke, wenn du hier so ein Backt hast Jo Ist nicht schön, sowas Nee, wer hat denn da toll eingeladen? Na, wer baut da oben Canons, Alter Was ist das denn? Irgendwann baut Wir werden gecannon rushed Hol uns die Canons da weg Ah Oh, Darkorbit musste raus, leider Ah, schade Vielleicht kann ich ja jetzt schon wieder Gas holen Okay Halt mal, genau Wo kann ich denn die Tempest bauen? Äh, in dem Gebäude Glaube ich, ne? Schön No So, die beschissenen Gänse erstmal weg Traum Ich weiß gar nicht, ob ich damit auch das Gebäude jetzt angreifen kann, trotzdem Kann ich nicht? Na, schön, kann ich Sogar uns machen Macht nämlich richtig Tempest Der Tempest macht aber echt nicht so viel Damage hier, ne? Tempest nicht, aber die Walken machen gut Damage Guck mal, ich schau dich mal an Die was? Die Uraka, die hier grad auf deinem Gebäude halten Ja, ok, ja Oh, schade Die machen echt ordentlich Damage Die also auch Hero-Einheiten, oder was? Ja Du hast auch Eros Bin ich Von meiner Einheiten eigentlich Eigentlich nichts besonderes, guck mal, jetzt wieder Gleichstand Gleichstand ist jetzt. Noch aufhalten lassen. Bestell ich. Na. Drei Bomben dran, Alter. Aua, aua, aua. Oh, schade, ey. Wollt mich doch verpöppeln, ne? Na, geh weg, Kerrigan. Sarah, Sarah. Sarah, wir fahren nach Rutsch. Nein, du, Sarah. Okay, Sarah ist down. Meine Kollegen auch. Oh, was kann ich denn schon für schönes machen? Na, das kann ich für schön, ey. Der Ex-Toy-Inkern, schön. Ey. Jetzt ist er dran. Jetzt brate ich euch weg. Jo. Das geht krass ab, ey. Ja, die sind wirklich richtig krass. Die Orakel gehen echt krass ab. Da sind wir gleich tot, wenn die jetzt noch Energie haben genug. Ja, das war gegen die. Oh, ne, guck mal. Er lebt wieder auf, hier. Nagil. Ja, stimmt. Ja, voll. Drei. Zwei. Oh, ganz knapp. Oh, ganz knapp. A. Oh, ganz knapp. Vielen Dank. Man kann doch irgendwie seine Base noch heilen. Oh nein, 10. Weiß ich auch nicht wie es geht. 2% ey. Jeder 1% oder was? Ja! Ich habe noch das Base-Schild aktiviert. Jeder 1%! Das war so knapp ey. Das wäre echt krass. Ich weiß auch gar nicht wie man die Base heilen kann. Man kann die ja. Das musst du auch über dieses Gebäude machen. Aber du kannst auch so ein Schild machen, was du aktivieren kannst. Ja, ja. Habe ich gerade noch aktiviert? Das ist ja auch wieder aus der Schild, logischerweise. Wäre ja geil, wenn man das für mal aktivieren kann. Du kannst nicht sterben. Genau, aber du hättest ja für 10 Sekunden. Ich habe gerade drauf gedrückt. Krass ey. War echt cool. Hat Spaß gemacht. War richtig geil. So, was wollen wir jetzt für eine Map zocken? Moin. 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 Maxilben366 und Araganda ist auch wieder am Start. Was geht, was geht, was geht. Moin. Moin. Leute, wir wollen heute im Doppelwitz playen mit Ulze zusammen. Ja. So, dann gucken wir mal auf Punkteübersicht. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, freut uns. Punkteübersicht. Ich will mal gucken, wie hart ich gefällt habe immer wieder. Nick. Nick ist auch dabei. Punkte. Ich bin in der Mitte. Ulze sieht besser aus als ich. Nächste? Danke. Sag nochmal, Raffi. Raffi der Repraptor. 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 Punkte. Oh, bin hier so auf Platz 2. Dafür sehe ich besser aus als du Araganda. Hahahaha. Obwohl ich nicht weiß, wie aufs du ist. Ein Schlingel. Ein Schlingel. Ja, ja. Hahahaha. Ich denke, schlimmer als mir kann man gar nicht aussehen. Ich denke auch. So, wollen wir jetzt noch was einfaches spielen? Nochmal so ein kleines Trikots zum Ende oder sowas? Oder noch was anderes? Easies? Easies? Oder habt ihr noch einen Wunsch, Jungs? Ja, genau. Habt ihr noch einen Wunsch? Nein, wir ziehen uns nicht aus. Ein Handmodell. Irgendthing? Ein städtisches Ding? Wir können auch dieses... Wollen wir nicht dieses Lustige, dieses Baneling Escape spielen? Oh, nee. Baneling Escape, ey. Das ist so richtig geil, oder? Das ist ein Liebesdreieck. Marco und ich können ja auch unsere geheime Liebe hier tagsüber ausleben. Ja. Halbe Schnecki. So. Ja, warte, warte, warte. Was zocken wir jetzt? Bam in your face. Der erste, der schreibt, das zocken wir jetzt. Ja. 3, 2, 1. Im Twitch Chat. Im Twitch Chat. Das erste, der schreibt, was wir spielen sollen. Wenn jetzt einer schreibt, wir sollen an uns selbst mal spielen, das gibt's nicht. Zing. Zing. Ich gebe das aber genauso ein, das jetzt geschrieben wurde. T-H-R. Ja, nein, gib Zing ein. Die sind hier nicht im Kindergarten. Zing? Oder mit G, ne? Ja. Zing. Ich denke. Zing. Welches denn? Zing 2? Das hier. Warte mal. Da ist noch Zing Arctic. The Urban Zing. Das Wasser-Ding. 5 gegen Willi, auch gut. Ja. Das dritte, Zing 2, okay. Ah, nee, so Urban Zing 2. Okay. Mach Urban Zing 2. Als Juppe spielen. Ah, da können noch mehrere... 12 Spieler könnt ihr mitspielen. 12 Spieler haben wir noch. Alle rein. Alle rein einfach. Alle rein. So, SFK. Haben wir drinne, haben wir drinne, haben wir drinne, haben wir drinne, haben wir drinne. Äh, haben wir drinne. Äh, ich bin auch dabei, glaube ich, ja. Ja, bin ich dabei? Ja, ich bin ja da. Ja, das stimmt. Na klar, da Frozen mitmachen. Frozen. Frozen. Alle einladen. Jeder, jeder nimmt mal mit, jeder nimmt mal mit. Eine Runde geht noch in seinem Starcraft 2 Arcade Rollercoaster. So, wo ist denn jetzt, warte mal, Frozen einladen. Hier ist schon so warm hier vor dem ganzen Zocken, dass hier schon unentwickelt Wasser trinken muss. Ja, ich habe kein Wasser, ich kann hier nur, so, und jetzt lagen wir hier nochmal, oh, 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 oh. Gleich muss ich auch noch eine schöne, eine schöne, eine schöne, eine schöne Review auf Monster Report schreiben. Bist du schon drin, Frozen? Zu dem Gravity Film, den wir gestern geguckt haben. Schreibe ich heute noch eine coole Review. Noch ein paar Videos schneiden gleich. Schön. Du bist Panda? Panda, ich hab dich, hä, wo bist du? Das ist ja Frozen Panda-Gel. Wo, wo steht das denn? Bist du schon bei uns im Channel? Du musst in Agri's Livestream reinkommen. Ach, du bist, ah, ich hab gedacht, du wärst die ganze Zeit, ah, nee, ist es ja Skyfly. Ist ja Frozen, stimmt ja. Moment, ich schreibe es nochmal in den Chat, wie die Gruppe genau heißt. Du musst hier reinkommen, damit ich dich dann auch einladen kann. Weil meine Freundesliste, also meine Freundesliste ist leider überfüllt. Ich muss dann mal Leute rauskicken. Komm einfach an den Channel Agri's Livestream. Und dann bist du dabei. Ja, Philipp hat muss mal, ach, Philipp ist, nee, Philipp ist, also, hä, ist dir das hier so? Hä, Philipp ist doch auch, sind doch alle dabei. Man, bist du hier los? So, du bist dabei, das ist Prima. Prima. Bist schon drin, ne? Viva Colonia. Wir, äh, wo denn? Bist du Wett-Lol-Killer dann, oder wer? Wo ist denn Frozen Panda Killer? Ich sehe hier keinen Frozen. Ist das ein Frozen Panda Killer hier? Wieso bin ich überhaupt nicht mein Agri's Livestream? Weit er nicht. Mitglieder, in Gruppe einladen. Erstmal Old, jetzt wieder einladen hier. Aber warum, hä? Wie komme ich da überhaupt rein in diese Schätze? Ich habe doch, Red Glow Killer habe ich doch schon eingeladen, oder nicht? Ja. Ist doch schon eingeladen. Ja, du hast doch gerade geschrieben, du bist Frozen Panda Killer. Ach so, das hat Skyfly, ja, jetzt. Jetzt habe ich es gereilt, ja, Gogo. Du bist jetzt hier noch drin, naja, klar. So, gehen wir als Gruppe erstellen. Ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt, oder solche Channels. Kann man die irgendwie suchen? Ja, die kannst du unten suchen. Da unten und suchen gehen. Ah, okay. Spielst du Darkerfd erst kürzlich? Ja. Wann gucke ich denn mal irgendwelche Channels hier rein? Wenn du mal stelle hier irgendwelche Channels? Ganz neu. Ja. Da hast du recht. Frechheit. Nee, Frozen kicke ich jetzt. Da ist zu frech. Wo ist Frozen? Hier. Aus Gruppe entfernen. Nein. Natürlich nicht. Ich kann das auch nicht. Das kann keiner, glaube ich. Ich kenne das Game auch gar nicht. Kennst du das? Was machst du da überhaupt? Willst du ein bisschen ein Erkenntnis spielen? Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier drauf drücke. Im Gegensatz zu dir bin ich ja wirklich Starcraft Moop. Das stimmt natürlich. Du kennst das ja. Dann kannst du uns mal einen Tipp geben. Wir legen jetzt hier noch runter. Ist das Storm liegt noch runter? Manche Leute können auch jedes Arcade geben. Ja, ist auch cool. Ich finde ja richtig geil, dass du das bei Starcraft 2 jetzt richtig auf so dieses Arcade da eingeführt haben. Weil bei Starcraft 1, da gab es ja auch schon tausende Funlaps, die ich damals ja auch bezockt habe. Aber da gab es noch nie so eine Rubrik, wo man wirklich nur die Cates drin hatte. Dann musstest du sie halt immer haben und dann erstellen. Und da hast du halt selten mal welche gefunden. Ich war ja damals in einem coolen Star Trek Freaks Clan. Und was ich jetzt hier nur schon ein bisschen schade finde, ist eigentlich, dass auch neue Arcade Games gar nicht so angenommen werden von der Community. Irgendwie ist es meistens so, das sind halt immer die Desert Strike Hots oder ja, Mikro Arena ab und zu mal, Marine Arena und die anderen Sachen werden eigentlich Nexus Wars natürlich auch und die anderen Sachen werden eigentlich nie gezockt richtig. Obwohl es so extrem geile Arcade Games gibt. Ich würde auch viel mehr andere Arcade Games zocken eigentlich. Aber ja, das Problem ist halt einfach nur, wenn ich dann mal reinkomme, ist nie mehr drinne. Das ist echt schade. Das ist echt kacke. Aber hier jetzt in so einem Live-Tool kann man wenigstens mal einiges austesten hier. Das ist schon mal echt ganz locker. Wenn es klappen würde. Ja, weißt du, schlappt es ja, ne? Philipp, Kugel am Modem. Kugel am Modem. Ich gehe eben auch kurz mal... Das Modem kurbeln. Das Modem kurbeln. Hi, Aragander. Na? Wie geht's? Alles fit? Ich hoffe, ihr lest auch mal ganz fleißig meine Artikel. Ich schreibe die nicht einfach so. Auf unserer coolen Webseite. Also, ich gebe euch auch eine Garantie. Eine Freundin. Äh, verrate ich nicht. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar Artikel schon über den neuen Thor-Film geschrieben. Ich habe heute erst einen neuen Clip auf Monster Report gepostet, wo es um den neuen Thor-Film geht. Da ist nämlich so ein kleiner Clip, wo dann hier Loki, der kleine Bruder von Thor, da äh, 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 mit dem er im Gefängnis spritzt. Weil der sitzt ja, Loki sitzt jetzt ja im Gefängnis, nachdem er da, ähm, New York City attackiert hat. Und, ja, aber jetzt muss er Thor helfen und Thor sagt, wenn du mir hilfst, dann darfst ich mich nicht bescheißen. Und wenn du mich bescheißt, dann, äh, töte ich dich. Bitte? Richtig cool. Freue ich mich drauf. Wer tötet dich? Du bist doch sterblich, oder? Thor. Thor. Wie Thor? Kennst du Thor persönlich? Garagentor. 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 Das tötet gerne mein Auto. Das fällt gerne aufs Dach nämlich drauf. Dass du mit Autofahren kannst, das wissen wir ja. Ich habe bis jetzt noch keinen Unfall gebaut. Ich auch nicht. Seit dem ersten Tag, an dem ich Führerschein habe, habe ich keinen Unfall mehr gebaut. Stimmt, seit dem ersten Tag hat er keinen Unfall gebaut. Nämlich hätte ich direkt am ersten Tag nämlich einen Unfall gebaut. Ja, aber Gander, was geht? Total schade. Was ist True Story? Mach mal Go. So, Frozen. Kommen die Kollegen noch? Ansonsten machen wir hier Go. Essen, essen, essen. Das ist deine Lebensgeschichte? Meine Lebensgeschichte? Ja. Nee. Wie hier. Ursula hat leider keine Freundin. Ich wollte ja hier so ein bisschen Mysterie aufrechterhalten. So sagen, verrate ich nicht. Vielleicht habe ich auch drei Freundinnen. Ja, aber fünf. Nee, leider nicht. Der Witz ist schon alt. Den haben sie ja schon im Channel müssen. Stimmt. Mach Go, die Joy nach. Geht sowas? Möchte gerne Olsens Freundin sein. Hallo. Warte auf Gruppe. Wir sind immer noch fünf von acht. Seht ihr schon wieder? Warum klappt das schon wieder nicht? Dass wir in die Lobby reinkommen? Weiß ich nicht. Ich bastel hier gerade an meinem Kopfhörer rum. Ja, ich bin die Frau in unserer Zweierbeziehung hier. Ja, Aragander, was ist denn? Ja, noch und? Und wenn Olsen jetzt schwul wäre? Nein. Nein. Ist doch nur Spaß, Aragander. Schweiß doch. Ich finde, das sieht aus wie so ein Bärchen, das Zeichen, oder? Ein bisschen. Ein bisschen homoerotisch sind wir hierher, aber auch schon, ne? Ich bin auch ein Junge. Ich glaube, ja. Ja, doch, sieht gut aus. Ein ganz großer Junge schon. Man ist sich noch nicht so ganz sicher. Ja. Ja, klar. So, Kinder, sieh auch mal weiter. Drück dir auch mal auf Go, Jungs. Ich glaube, irgendwer lädt noch runter, oder? Oh nein, du hast gestartet da. Keine Ahnung, wer da nicht annimmt. Gleich fasse ich durch den Monitor. Ja. Gebe euch Backpfeifen. Homoerotische Backpfeifen. Ich mag auch gerne Backpfeifen, aber Backflau mag ich noch lieber. Und Backschinken. Haben wir uns auf dem Oktoberfest das reingedrückt, schön Backschinkenbrötchen. Ja, das war sehr lecker. Trau. Krautsalat und schön im See. Ich stehe da jetzt vor mir. Hey, Ui, lass mal da vorne an die Bustrotheke gehen und so ein Backschinkenbrötchen essen. Das war schön. Das war schön. So, wer ist denn das jetzt hier? Also alles, was wir erzählen, auf jeden Fall, ist wirklich nur Spaß. Ihr müsst das hier nicht alles zu ernst nehmen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt vor Sonnenschein. Sarah, was ist denn da jetzt los? Brech mal ab, starten wir nochmal. Wann kommt wieder ein Match gegen Agria? Ja, das ist eine gute Folge. Heute Abend noch? Ja, heute Abend noch. Schön. Oder morgen früh, also ich lasse auf jeden Fall heute Abend noch hoch. Ist gerade im Rennen dann zu Hause. Rennert gerade noch. Kommt eine schöne neue Folge Aggressor gegen Olsenmagic. The Gathering. Mit unseren coolen neuen Decks, die wir uns gekauft haben. Also war dann schön am Start. Äh, das dauert ja. Erstmal ab, starten mal neu. Und nochmal neu starten. Wollen wir bitte neu starten? Ansonsten machen wir gleich ohne Gruppe auf. Und dann sollen die ganzen Leute da einfach joinen. Join the future. Ja, Frozen, kein Problem. Aber, äh, dass noch mehr Leute joinen. Aber wir wollen ja nicht hier nicht so lange Pause machen. Ich glaube, das ist Harry Potter. Oder der Hulk. Ich glaube, das könnte auch der Hulk sein. Harald Pöter. Ich glaube, das ist der Hulk. Das ist der Creeper-Mann, Mensch. Das ist mein Griff, kennst du nicht. Ach so. Das tut doch weh. Ja, mach ein Game auf und leit alle Leute ein. Ja, Olsen kennt die Creeper. Creeper-Mann, Creeper-Mann. Er ist ein ganz böser Creeper-Mann, der immer vor dir steht. Und dann pupst der einmal, macht dann pssst. Und dann bumm, expiriert er. Ich zocke ja auch kein scheiß Minecraft. Äh, Minecraft meine ich. So, ähm. Mach einfach auf und leit. Ach, hier Philipp geht noch runter, deswegen geht's nicht. Ja, mach einfach auf und lad die Leute ein. Also mach die Gruppe weg. Laden. Was ist das? Bin laden. Checkung. Einladen. Nicht in die Gruppe einladen. Du sollst das Game aufmachen und Leute an Einzel-Abergen machen. Nein. Nein, das geht doch nicht. Klar geht das. Nein, das geht nicht. Du sollst Leute einfach joinen. Dann muss ich aber auch mal in der Freundesliste drin haben. Ich hab manche Leute nicht in meiner Freundesliste rum. Da kann ich hier nicht einfach joinen. Du kannst dich aus dem Gruppenchat einladen. Das geht doch gar nicht. Klar, du kannst doch hier in den Gruppenchat gehen, dann die rechte Maustaste und dann einladen. Aber nicht im Game aufheißen. Doch, wenn im Game aufheiß geht das in der... Ich verarsch ihn voll. Aber der richtet sich auf. Ja, dann mach doch mal. Ja, ähm... Wir wollen nicht so lange Pause machen. Die Leute sterben ja vor Langeweile vor ihrem PC. Entfernen. 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 Und entfernen. Und... Ha, entfernen. So, Spieler stellen. Was bin ich? LW? IW? Irgendwie geil? Langweilig. LW? So, das ist frech. Ach so, langweilig. Ja, das kann man auch nennen. Spieler einladen. So. Wir wollten... Frozen. Wir wollten... Flip. Wir wollten... Fuller. Nike. Swarm. Siehst du, ich kann jetzt nicht die aus meinem Ding einladen. Ja, du musst doch ganz jetzt in den Chat gehen bei dir. Boah, das kann ich das schon mal an. Die haben wir schon mal eingeladen. Und jetzt, ähm... Aber es waren auch teilweise nicht Leute im Chat drin, ne? Einiges Livestream. Deswegen sollen ja alle Leute in einiges Livestream reinkommen, damit wir wieder einladen können. Einladen. Einladen. So. Wer fehlt denn jetzt noch? Dich, hab ich auch noch nicht eingeladen, ne? Wir haben noch einen, einmal im Twitch-Chat. Fehlt jetzt noch wer? Im Twitch-Chat oder ein agries Livestream. Einfach mal kurz posten. Dann können wir alle einladen. Den Topf voll Zaubertrank gefeiert. Was war denn da drin? Saft. Ungebirnsaft. Ähm. Frozen will host. Gib mal den Horst. Was? Gib mal Frozen den Horst. Wo ist denn Frozen? Ganz oben. Genau. Den Horst entgehen. Was wäre der? Äh. Ist das zum Schiedsrichter, ne? Ja, zum Lommi-Rust. Okay. Aber, ähm. Irgendwie. Das sind doch noch nicht alle. Wir waren doch gerade viel, viel mehr. Ja, dann haben wir wahrscheinlich nicht angenommen. Was eben auch das wohl. Wahrscheinlich sind ein paar Leute AFK. Ja, Philipp und so waren da auch drinne und so. Und da hat die auch runtergeladen eigentlich. Warte mal. Ähm. Jo, kein Problem, Philipp. Scheiß Leitung. Kennt man das Problem. Ja, Philipp muss jetzt nur noch eingeladen werden. Nee, nee, Philipp kann nicht mehr. Zu beschissene Leitung. Ach so, das ist natürlich schlecht. Moinsen, Steffen KI. Oder Steffen Key. Steffen Key? Boah. Nee, wieso. Ich schreibe da auch mal ein Moinsen rein. Shadow. PVZ, Profis des Silots, FS, Shadow. Okay. Sind alle drin? So, ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ihr müsst uns hier mal ein bisschen helfen. Wir brauchen tatkräftige Unterstützung. Aber ich weiß, keiner weiß, wie es geht. Doch. Na schon. So, wenn alle drin sind, dann start nochmal auf Go. So. Ey. Sorry, Frozen. Geht jetzt schon los. Was ist denn mit Frozen, ne? Er hat nochmal geschrieben, warte, aber... Ja, jetzt hatte ich schon gestartet. Ich hab doch rausgegeben. Oh mein Gott. Das Ding. Ach, das ist aus dem Film. Das ist wirklich von einem Film. Gut möglich. Ja. Ach, wahr. Wer das Ding ist... Hä? Ist nicht unter-edisch in eine andere Base gehen. Okay, wer das Ding ist... Irgendwer ist das Ding. Der darf nicht unter-edisch in eine andere Base gehen. Okay. Nicht oder... Er ist Survivor. Team Up is others and eliminate all things. Okay, also die Überlebenden müssen sich verbünden und die Dinger töten. Als das Ding töte oder imitiert, was auch immer imitiert heißen soll. Töte alle Überlebenden. Nutze Lügen und Verkleidungen, um sie gegeneinander aufzubringen. Alter, was ist das denn? Okay, Select Unit. So, ich habe jetzt einen Marine hier. Und jeder kann das... Ach, das Ding sein. Ach. Okay. You are a survivor. Okay. Was ist das? Ich bin ein Überlebender. Okay, ich auch. Alter, die Flanken im Auge. Bei mir steht, ich bin The Thing. Nein. Alter, wir sind Zombies. Wo denn? Wir müssen Team hier machen. Hier unten ist... Nein. Lass mal hier zusammen rumlaufen. Ich schütze mich mehr. Okay, der ist Dimpack. Leer. Ich weiß gar nicht... Ah! Alter, Alter, Alter. Ich muss weg. Alter, der ist hier. Da werden Bändlings auf uns runtergeworfen. Was ist das hier? Ja, war cool. Wir können auch irgendwie bauen. 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 Es dauert sogar, die Sandbarriere zu bauen oder was. Oh, je Scheiße. ich brauche Hilfe, ich steck das doch noch so gar nicht so richtig hier sind voll viele Zombies, oh jetzt baue ich da nur so scheiß Stuntbarriere, das wollte ich doch gar nicht wenn diese scheiß Barriere überhaupt dann Jum 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 so, jetzt können wir das hier weiter bauen Alter, hier sind voll viele Zombies, ich weiß nicht wo ich hin soll ich baue mir grad so einen Bunker hier ich muss mir auch mal einen Bunker bauen, ich kriege die Zombies gar nicht weg von mir so was geht denn da kann ich den Bunker bauen so Sandbags kann ich bauen, ne wo muss ich hin könnt ihr mich sehen Leute ich bin hier ganz alleine irgendwo auf der Map die Mess-Zombies um mich rum ich bin jetzt hier schon in meinem Bunker hier, ne wo bist du denn auf der Map? Ach ganz oben ja ich baue mir nur so ein Gate-Rainer ich kämpfe mich jetzt mal zu dir richtig Traum ich hab Mess-Zombies hinter mir, ich renne hier jetzt voll krass durch wir sind hier schön im Bunker-Dunnel ein bisschen schön barrikadiert komm mal zu uns hab ich grad vor ich komm jetzt hier von der Seite irgendwo ja ich komm jetzt von oben oh scheiße ich bin ein Verspieler Alter, sind das deine dann alle, ey? ne boah, hier sind noch voll viele ich komm nicht rein bei euch ich komm nicht rein bei euch ich bin tot, ich bin tot ich komm nicht mehr raus Alter, fuck Alter die ganzen Zimpfbarrieren sind explodiert ich komm nicht mehr raus voll bin leid Moinzezworn hallo voll bin leid man muss immer Stim benutzen da hält man sich auch mit echt? ja ja, wo seid ihr denn? Alter, warum kommt hier so ein Geschütz an? ja, cool ich kann die Zombies jetzt kontrollieren naja nee ich reiß gleich Messe für Leute mit dem Tod naja mhm mhm wo ist sie? weiß ich nicht mehr nein hier ist ein Versäucher läuft hier da lang Versäucher Versäucherschen rechts ist safe wer ist denn rechts? ok, da ok, ich baue hier ein bisschen oben wer ist denn hier überhaupt alles? ach nein, du bist ja auch hier cool ok, ich baue oben ich versuch oben zu zu bauen ich hab aber grad nicht mit dem Minz hier ist eigentlich irgend so ein Viech ist hier ja alter haaa, ist alles leid hast du hier so viele Kollegen angebracht? hm? hast du hier so viele Kollegen mitgebracht? ich hab dich hier mitgebracht, ja ich hab dich hier mitgebracht, ja ach man der Mix ist jetzt voll scheiße ich hab mich so eingebunkert, dass ich selbst ja dass ich mir selbst eine Falle gebaut habe voll Wind halt Alter, da oben kommt noch mehr, ey wo kommen die ganzen Zombies hier? ja, ich fühl mich hier wie bei The Walking Dead schick ich da hin? ok, da oben machen wir mal ein bisschen dicht oh, hier bleibt was die wollen gern ins Leder Nike was killed bei Stefenki irgendwer ist das Ding ich weiß immer noch nicht so genau ich weiß auch nicht wer das Ding ist na, Nike sowas sagt man aber nicht, ne? und unsere Wunde ist ganz frech auf jeden Fall ich finde, dass du den falschen Teams sagst dann bist du aber ich glaub ich muss jetzt flüchten ich bin aber nicht das Ding irgendwer kann ja das Ding steuern ich kann ja zwar die Dinger hier steuern aber nicht das Ding ja, ich wurde ja auch am Anfang gestorben deswegen bin ich ja, konnte ich ja auch nicht mehr Team zocken du wurdest gestorben? ich wurde gestorben aber hier läuft so ein Scheuser rum ich weiß ja gar nicht wer der Scheuser hier spielt ich weiß nicht Alter, diese Scheuser, ne? Alter, ich bin tot nein stefinski hat war das original Zing aha siehste, sag ich doch ich war's nicht jetzt geht's direkt wieder los, oder was? jo letzte Runde jetzt aber, oder? ach, drei Runde insgesamt aber eben sagst du sorry, mit mir nicht, oder was? aha das merke ich mir, ne? das merke ich dann merkt sich der irgendwas halt jetzt ist er wütend jetzt ist er bockig warte mal, wo wurdest du denn? das stimmt ich mach doch keinen schlechten Witze ich mach nur die Top-Witze wo treffen wir uns denn, Jungs? das nicht okay, lauter das würd mich mal interessieren, wo wir uns treffen denn irgendwie hab ich hier Kameras, oder so Kameras, oder so was ist denn? ok ob da so Kameras, die man angucken kann checke ich überhaupt, ne? hm bleibs ok ok, hier ist einer, hallo RedLorekiller, warum schießt ihr denn auch nicht? er ist das Ding wahrscheinlich auf sie alter äh äh schönes Stimmy rein da hält nämlich einen wirklich das ist schön ich bin hier oben auf so einer Höhe drauf und Schild auf dem Rücken so bis ganz oben hab mir schon so einen kleinen Bunker gebaut ich bin ganz rechts unten in einem, ganz rechts unten bin ich Blocker wissen haha alter ah ha 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 ich hab's genau gesehen hier ist es rumgelaufen das Viech das hat mich auch gerade einmal gefangelt ha 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 klären alter warum tötet nicht der Red Bull Killer immer auch ich glaub der Red Bull Killer der will ich mal töten also hab ich hier wirklich eingekillt So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Minz gesammelt, jetzt bunker ich mich hier mal so ein bisschen ein. Ich weiß nicht ganz genau warum. Was sagt ihr denn? Ich bin ganz rechts. Was ist ganz rechts? Ganz rechts unten. Der ganze Trinsky habe ich ja gerade gekillt, ich weiß aber gar nicht warum ich ihn gekillt habe. Das Ding hat einfach, mein Marine hat einfach auf ihn geschossen, das fand ich das merkwürdig. Was können wir überhaupt machen? Müssen wir das Ding töten? Ich bin schon, aber ich habe Katja den getötet. Ich bin ganz unten rechts, also nicht ganz unten rechts, sondern ja, aber doch schon ganz unten rechts. Nicht ganz unten rechts, aber ganz unten eigentlich. Doch, ich stehe jetzt ganz unten rechts, ganz unten rechts auf der Straße stehe ich jetzt. Ich habe auch irgendwie gekillt, ganz komisch. Boah, das dauert ja bis der nicht immer ein paar Mineralien gekriegt hat. Gibt es hier mal ein paar Zerg hier noch irgendwie? Okay. Wie kann ich nochmal pingen? Welche Taste? Das ist da. Geh, weit geh. Ganz unten rechts bin ich. Ich habe hier auch so Barrikaden gebaut und bin hier in dem letzten Teil hier unten rechts. Wer ist der Oesi? Oh, schön. Oh, ja, guck mal her. Moin Frozen. Eier, bei mir kommt jetzt auch nicht was an hier, ey. Ach, hier ist der Red Rule Killer. Er ist doch hier nur so ein Arschlob, ne? Guck mal, hier ist er, der Red Rule Killer. Was war denn hier? Was schnapp ich mir? Was mir ankommt? Ah, jetzt bestraft er mich, weil ich ihn vorne umgebracht habe. Okay. Fuller, Alter. Komm, wir holen ihn uns. Hier ist er. Den Red Rule Killer. Der Red Rule Killer, den alten Drecksack. Alter Falter. Da kommt so eine Masse, ey. Weggehauen. Da stehst du voll in der Falle drin, ey. Da hab ich gerade auch schon extrem weggekloppt. Mann, 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 ey. Krass. Meine Base ist ganz unten rechts. Genau, hier ist... Hier ist unsere Base. Da habt ihr hier schon dicht gemacht, Frozen. Okay, dann kommen wir hier oben auch mal. Jetzt sind wir oben auch mal ein Depot hin. Wo bist du? Wo seid ihr? Ganz unten rechts ist Base. Aber ich hab halt nicht mehr Minz. Ich hab doch voll viele Sachen gekillt, gleich. Warum hab ich nicht genug Minz? Du musst ja diese Dinger killen, ne? Damit du Minz fliegst. Ja, die Viecher töten. Dann kann mich mal einer hier rauslassen, Frozen. Kannst du mich mal rauslassen, hier unten? Ich fühl mal ein paar zu euch, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ihr Leben steht auf dem Dach drauf. Ja, gleich nicht mehr, ja? Kann mal einer hier unten so links aufmachen? Frozen, machst du hier mal das Depot auf, bitte? Ah, da oben kommt was. Haha, ich bin es. Ja, lock die mal hierher. Ja, komm gleich die über zur Masse. Warte aber noch, bis alle da sind. Damit wir euch schön auch gleich platt machen können. Also bist du etwa das Ding? Ne, ne, bin ich nicht. Ich bin's nicht. Alter, 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 alter. Und jetzt? Nein! Nein! Ich hab noch zwei Leben, Alter! Nein, ich bin von Zombie getötet! Nein! Was ist denn von der Masse gekommen? Guck mal mir drauf! Alter! Ich steuere davon aber nur neun Stück, ne? Nein, nein, nein. Guck, sind nur die neun hier. Ach so. Ach, du kannst die auch steuern hier. Ja, die kann ich dann steuern, wenn ich gestorben bin halt, ne? Ach so, okay. Na? So ganz checke ich das Game auch noch nicht, aber es scheint ganz cool zu sein. Wie, wie kann man denn, wie, wie erfindet, wie erfährt man denn, wer der, wer das Ding ist? Wenn man jetzt hier... Shadow war's the original thing. Shadow, alter Kollege. So. Tja, da sind ja drei Runden hier, ne? Mhm. Und du? Mach sie alle! Alter, die Klappe im Augen! Roger! Geht laut! Keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen so optimal hier im Livestream, wenn... Wenn sie dann sagen, wo wir uns verstecken. Das stimmt. Deswegen dürfen wir... Wir sagen jetzt nix bezüglich der Base. Ach guck mal, wir beide sind jetzt zusammen unterwegs. Komm, wir rocken ja immer die Gude. So. Wollen wir uns einbunkern? Hier unten irgendwo? Ja. So. Am besten so, dass wir noch einen Ausgang haben irgendwie. Ja, guck mal dann. Einfach hier. In die Ecke einfach da, was meinst du? Ja, ja. Wollen wir uns hier einbunkern oder was anderes suchen? Ja, ja. Hier können wir hinmachen. Hier kommen plötzlich voll viele auch rein, ne? Das Gefühl. Ja, machen wir hier. Weißt du? Wo bist du denn? Ja, komm her. Baust du schon hin was? Ne, ich bau hier jetzt... Da oben auch, gell? Nein. Ich hab da eigentlich... Ich hab ein Buka gebohrt. Hier rechts kommen wir nicht mehr lang, ne? Weiß ich nicht. Komm mal da hoch. Ne, ich glaub nicht. Soll ich direkt die Abwehrtürme hier hintersetzen? Ja, warte mal. Ich bau erstmal zwei Buka. Buka? Pavement. Wie kann ich das dann runterfahren? Oder kann ich das dann hochfahren? Oder kann ich das dann hochfahren? Oder bitte hin da? Ne, das ist immer Pavement. Scheiße. Ich brauch halt den Buka. Bild geht. Scheiße. Das wollte ich bauen. So, da habe ich schon mal einen. Einen kann ich noch bauen. Ich kann ja sogar Schredder-Grenner halten, was wir helfen für einen. Schredder-Grenner halten. Schredder-Grenner halten. Schredder-Grenner halten. So, und dann kann ich da einen automatischen Schlips und kann ich noch bauen. Soll ich mal hinter deinen Dingern da sitzen? Bitte. Oh, da kommt direkt auch wer. Ja, ich brauch hier gerade alles für dich. Wir sind unten, ganz unten links. Ich verrate das mal. Oder vielleicht auch ganz unten rechts. Oder vielleicht auch ganz oben rechts. Ich weiß ja nicht wer das Ding ist. Ich will dir nicht zu viel verraten, ne? Logischerweise. Logischerweise. Bloß ganz unten. Aber sicher, gerade noch! Wir alle! Okay! Alter, da kommt die Masse an! Die Mö-Mö-Mö-Masse! Warte! Ich komme mal rein. Mö-Mö-Mö-Masse! Alter, Kacke! Ich bin Eingeziehung! Ich bin Einge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge. Ich hab ne Bombe. They had me be叫y. Gubste noch her, na? Ja. Da kommen sie an, die alten Schmircing. Na? Ah, weiß ich nicht. Überall Zombies, ich seh nur Zombies! Scheiß Zombies, Alter, da unten kommt noch einer. Wenn wir unsere Dingleiter töten, aber wenn wir so eng stehen, sind wir natürlich auch schnell einkesselbar, ne? Das ist frech. Das ist echt frech, echt. Komm her, du Drecksack, ich mach euch alle platt! I want to kill, I want to kill! Ach, Nike ist auch noch nicht. Full Metal Jacket ist gar nichts gegen mich. Alter, was war das denn? Ist Agent Nike wieder der Blödsinn oder was? Aggressor was killed bei Old? Sag mal, wie frech bist du überhaupt? Ich hab gar nichts gemacht. Wursamig gekillt. Ist schlecht für dich. Wenn ich weiß, wo du bist. Wenn du tot bist, kommst du dann wieder. Ja, klar. Oh! Ja, da, ich zeig euch mal den Weg. Guck mal, was da kommt. Das bin ich nicht, ne? Alter, mir fällt hier schon der Ohrenschmalz aus den Ohren. Der Ohrenschmalz aus den Ohren. Wenn du jetzt hier so viel Ohrenschmalz, dass der Kopfhörer aus dem Ohr gedrückt wird. Wie ist das ekel? Ihr seid ja unten ja gar nicht mehr, ne? Nee. Das ist auch gut, dass ihr noch nicht mehr seid. Alter. Die Zags sind durchgebrochen. Alter, jetzt haben wir hier aber Party von beiden Seiten. Ja, hier, der Scheuser. Nein, ich bin eingeschneid, ich bin eingeschneid. Ich bin eingeschneid, ich bin eingeschneid. Ist der Scheuser, ist der Ding? Was ist das, ja? Das ist das Viech. Oh nö, ich bin... Bist auch so ein Scheuser. Bist auch so ein Scheuser. Bin ich auch so ein Scheuser. Was macht denn der Scheuser? Kannst du doch scheuren oder was? Ja. Dann bist du das Ding wahrscheinlich. Nee, der Originale war ich irgendwie. Nee, ich war, ich war Survivor war ich. Ich auch. Aber... Ich kann nur diese scheiß Viecher steuern. Er steckt das auch nicht so ganz, ne? Also man kann sich, wenn man da Scheuser ist, kann man sich ja dann trotzdem wieder in Marine verwandeln. Echt? Ja. Bist jetzt der Marine? Aber ich muss jetzt halt die anderen Leute töten. Ja, ja. Ja. Ja, also bist du dann sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Schon absolut, wo kannst du dich denn auch wieder verwandeln halt, ne? Ja. Ist das hier Operation? Shadow Wars The Original Thing? Hä? Entscheid? Weiß ich nicht. Ich bin doch da. Checken wir nicht ganz. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ja. Und... So, wie spät ist es jetzt? Schon ein bisschen später jetzt, ne? Schon klar. Schon... Gleich 8 Uhr. Also, ja. War auf jeden Fall ein richtig cooler Livestream mit euch. Ja, auf jeden Fall. Hat richtig Bock gemacht. Letzte Game. Vielleicht gibt's Donnerstag oder nächste Woche gibt's wieder doppelt Livestream mit uns. Und... Auf jeden Fall. Ja. Wie kann ich jetzt hier am Kopf gehen, ne? Ja. Freut mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Cool, dass ihr jetzt dabei wart. Ähm... Wenn ihr mehr News und Let's Base und so wollt, könnt ihr auf unseren YouTube-Channel oder auf unsere Website gehen. Monsterreport.de Da gibt's immer coole Sachen. Oh, Artikel, die ich schreibe. Die sind alle... Die sind qualitativ sehr hochwertig. Das stimmt natürlich. So. Dann... Ja, ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen allen. Ja, ja. Und Olsen ist natürlich nächste Woche mal wieder dabei am Start. Und da könnt ihr natürlich wieder einschalten. 16 Uhr geht's wieder los. Und ich bin heute Abend wahrscheinlich auch nochmal on. Etwas später. Ich denke so gegen World 12 oder so. Eventuell. Zocke ich nochmal ne Runde. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit mir dann nochmal ne Runde tun. Two-Screens-View oder sowas zocken. Hallo. Kuckuck. Hallo. Kuckuck. So, bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal. Ich hab's... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hast du jetzt zum fünften Mal gesagt. Halt die Fresse.